Okay, Freunde, ich weiß, ihr seht dieses Video und ihr erwartet jetzt den heftigsten Beef, dass ich alles auspacke, was es jemals auszupacken geben könnte und die heftigsten Insider-Informationen überhaupt. Ich möchte aber an dieser Stelle sagen, dass ich keine Lust habe auf einen Rechtsstreit mit einer milliardenschweren Firma und ich dementsprechend keine der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Informationen leaken möchte, denn ich habe Papiere unterschrieben und daran werde ich mich halten. Ich werde dennoch versuchen, euch anhand öffentlich zugänglicher Informationen ungefähr zu vermitteln, warum es dazu gekommen ist, dass ich nicht länger mit Konami zusammenarbeite. Erstmal für diejenigen von euch, die mich gar nicht kennen oder erst seit kurzem dabei sind, mein Name ist John, auf YouTube kennt man mich als CK Phoenix und ich liebe Yu-Gi-Oh! Und Yu-Gi-Oh! ist ein sehr komplexes Franchise. Es gibt mehrere Säulen dieses Franchises, wie beispielsweise den Anime, den Manga, Videospiele, aber auch ganz wichtig, das Trading Card Game. Das sind diese Dinger hier. Und diese werden von Konami vertrieben. Konami ist die Firma, die besagtes Trading Card Game herstellt und ich habe in den vergangenen drei Jahren sehr intensiv mit Konami zusammengearbeitet, um besagtes Trading Card Game zu promoten. Also wer meine Kanäle regelmäßig verfolgt, wird wissen, dass ich eine Menge Pack Openings gemacht habe, teilweise Videospiele promotet habe, wie Cross-Duel, was sowieso der größte Flop in der Geschichte der Menschheit gewesen ist, aber das ist ein anderes Thema. Master-Duel, ich bin auf Events gewesen, habe in Konami Livestreams bei Videoproduktionen und so weiter mitgewirkt und es war wirklich eine Menge. Und ich möchte an dieser Stelle auch nicht nur negative Worte verlieren. Im Gegenteil, ich möchte mich für all das, was Konami mir in den vergangenen Jahren ermöglicht hat, zunächst einmal bedanken und möchte vor allem Konami Deutschland wirklich in den höchsten Tönen loben, denn das sind wirklich kompetente Leute, die versuchen, nach ihren Möglichkeiten Yu-Gi-Oh! für euch da draußen so genießbar zu machen, wie nur irgend möglich, auch wenn das alles ein sehr kompliziertes Thema ist. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist Konami allerdings eben nur für das hier zuständig, nur für das Sammelkartenspiel. Wenn jetzt also jemand daherkommt, der auch gerne den Anime mag und das auch gerne nach außen trägt, dann führt das schon mal zu Komplikationen. Und das an sich finde ich erstmal noch gar nicht wirklich schlimm. Wenn ihr beispielsweise meine Konami Pack Openings anschaut, die ihr alleine schon daran erkennt, dass zu Beginn ein weißer, fetter Sponsor bei Konami Screen eingeblendet wird, dann werdet ihr merken, dass ein paar Dinge anders sind. Zum einen filme ich gerade vor diesem Hintergrund hier, ohne das zu kommentieren, okay? Aber in meinen Pack Openings sieht mein Hintergrund immer ein bisschen anders aus. Meine normale Art Moderation lautet, falls euch das Video gefallen hat, aktiviert eure Geräte-Zauberkarte und ihr könnt euch ja einfach mal meine Art Moderation in den von Konami gesponserten Videos anhören. Ihr merkt also, so ein paar Dinge sind da einfach anders, ohne das jetzt wirklich groß an die Glocke hängen zu wollen, aber einfach damit ihr ein Gespür dafür bekommt. Irgendwie ist das nicht so wie alles andere auch. Und das ist auch bis zu einem gewissen Grad normal. Ich meine, diese Pack Openings sind letztendlich Werbevideos für das Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Und dass eine Firma möchte, dass ihr Produkt auch angemessen beworben wird und gewisse Richtlinien eingehalten werden, das sollte klar sein. Allerdings gibt es da auch ein paar Punkte, die sich in den vergangenen Jahren so ergeben haben, die wirklich kritisch sind, meiner Ansicht nach. Wenn ihr beispielsweise mal besagte Pack Openings auf YouTube anschaut, dann wird euch eine Sache auffallen, nämlich, dass es keine Werbeunterbrechungen in diesen Videos gibt. Und hey, ich weiß, niemand mag Werbeunterbrechungen, aber als YouTuber ist das nun mal das, womit ich mein Geld verdiene. Es ist mein Job, okay? Ich lebe davon. Und komischerweise ist das bei den Konami-Sponsored-Videos nicht der Fall. Es ist jetzt nichts, was ich irgendwie euch leake, was nicht der Öffentlichkeit zuvor zugänglich war. Also ich meine, das wird einem auffallen, wenn man die Videos öffnet. Was das letztendlich für mich bedeutet und was das eventuell für Gründe haben könnte, das überlasse ich gerne eurem Interpretationsspielraum. Ihr könnt euch also vorstellen, wenn es mein Job ist, Videos zu machen und ein Sponsor auf mich zukommt und sagt, hey, hast du Lust, das zu machen? Wozu ich übrigens immer auch hätte Nein sagen können. Das will ich ganz offen und ehrlich hier an der Stelle auch nochmal betonen. Alles, was ich jemals mit Konami gemeinsam gemacht habe, hätte ich auch einfach ablehnen können. Es ist nicht so, dass ich gezwungen war oder irgendwelche Sachen im Raum standen, die ich gefordert habe und die ich nie bekommen habe, okay? Ich möchte einfach nur, damit ihr meine Perspektive versteht, ungefähr erläutern, was Sache ist. Man würde jetzt also meinen, bei einem so gigantischen Werbewert, bei so vielen Pack-Openings oder generell Videos, nicht nur von mir, sondern auch von den anderen Yu-Gi-Oh! Influencern in Deutschland, aber auch international, die mit Konami zusammengearbeitet haben, da müsste ja irgendwas bei rumkommen. Also ich glaube, ihr wisst, wie das funktioniert. Normalerweise, wenn man eine Firma bewirbt, dann kriegt man als Belohnung dafür natürlich irgendeine Gegenleistung. Und ich kann euch logischerweise nicht sagen, was ich von Konami für diese Videos bekommen habe. Was ich euch allerdings sagen kann, ist, dass ich seither eine Menge Yu-Gi-Oh! Karten zu Hause habe. Ja, ähm, an sich also ein, äh, etwas kritisches Thema und ich kann verstehen, wenn der ein oder andere jetzt sagen wird, hey, es ist doch eine Ehre, für Konami zu arbeiten. Und ja, der siebenjährige CK würde das eventuell auch so sehen und der CK, der gerade seine ersten Videos hochgeladen hat, wird das eventuell auch noch so sehen. Aber am Ende des Tages ist das, was ich hier tue, mein Job. Und davon kann ich nicht meine Miete bezahlen, will ich einfach nur mal so gesagt haben, okay? Ähm, und das gilt übrigens auch für alle anderen Yu-Gi-Oh! Influencer. Es ist echt heiß, oder? Es ist, ich schwitze, es ist so schwöre, das ist nicht normal. Ähm, ihr könnt ja einfach mal schauen, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch international, welche Influencer von Konami gesponsert sind, beziehungsweise welche es mal gewesen sind und wie erfolgreich die sind. Könnt euch ausrechnen, wie viel Geld sie normalerweise mit ihrem Content verdienen oder verdienen würden und warum diese Influencer dann heutzutage nicht mehr mit Konami zusammenarbeiten. Ob das eventuell in irgendeinem Zusammenhang steht oder ob das alles nur Zufall ist. Auch das überlasse ich gerne eurem Interpretationsspielraum. Ich habe keine Ahnung, was irgendwer mit irgendwas verdient. Ich versuche einfach nur, euch öffentlich zugängliche Informationen zusammenzutragen. Das ist aber nicht alles. Es gibt weitere Punkte, die vor allem in den vergangenen Wochen und Monaten dazu geführt haben, dass ich immer unzufriedener mit der Kooperation wurde. Unter anderem werdet ihr gemerkt haben, dass auf magische Art und Weise mein Profilbild auf dem Zweitkanal geändert wurde. Zuvor war es Chaz Princeton, jetzt ist es einfach ein Artwork von mir selbst. Das ist komischerweise auch bei anderen Konami-Kanälen passiert. Beziehungsweise, ich sag mal, Kanäle, die mit Konami zusammengearbeitet haben, während des Zeitraums, in dem sie mit Konami zusammengearbeitet haben. Also da gab es einige Profilbilder und Kanalbanner, die geändert wurden. Aber vielleicht ist das auch alles Zufall. Das weiß man jetzt natürlich nicht. Zum anderen gab es Videos, die teilweise runtergenommen wurden. Da gibt es natürlich immer mehrere Gründe für. Und das muss natürlich nicht immer mit einem Sponsor zusammenhängen. Aber vor einigen Wochen war ich mit einer gewissen Personengruppe an einem gewissen Ort und dort wurden Videos gedreht. Was auch eigentlich gestartet wurde. Allerdings sind diese nun komischerweise alle nicht mehr aufzufinden. Ich frage mich, warum. Ihr könnt euch also vorstellen. Ich kann natürlich verstehen, wenn der Content, der von Konami gesponsert ist, gewissen Richtlinien unterliegt. Wenn das Ganze allerdings so weit geht, dass ein Sponsor meinen Kanal mehr oder weniger derart einschränkt, dass ich mein Profilbild ändere, mein Content einschränke, Videos runtergenommen werden und das alles für Pack Openings. Ist die Frage, lohnt sich das so wirklich? Ist es wirklich so lohnenswert? Vor allem, wenn man im Hinterkopf hat, wie viel Konami an diesen Pack Openings letztendlich verdient. Ich meine, stellt euch mal vor, ich habe teilweise Pack Openings, die bis zu 50.000 Aufrufe haben. Das ist vielleicht für normale YouTube Verhältnisse nicht viel. Das sind keine Monte oder Trimax Level Aufrufe, aber das ist deutschsprachiger Yu-Gi-Oh! Content. 50.000 Aufrufe, selbst wenn nur 1% davon ein Display kauft, was im Durchschnitt so ca. 60 Euro kostet. Selbst wenn nur 1% bereit ist, dieses Produkt zu kaufen, sind das 30.000 Euro, die einfach in Yu-Gi-Oh! fließen. Direkt oder indirekt durch mein Content. Ob das jetzt in Relation zu dem steht, was Konami seinen Creatern bietet oder nicht, das kann ich jetzt natürlich leider nicht sagen. Aber ich denke, ihr könnt euch in etwa vorstellen, was ich sagen möchte. Und dass es einfach Gründe gibt, warum diese Zusammenarbeit für mich persönlich keinen wirklichen Sinn mehr ergibt. Und an sich sind ja viele dieser Punkte auch nachvollziehbar. Dass es Sachen gibt, die eingeschränkt werden. Dass es vor allem auch Lizenzgründe gibt. Aber die Masse an Veränderungen, die in den vergangenen Wochen gefordert wurde, ist einfach so viel, dass ich gefühlt meinen kompletten Kanal hätte löschen können und einfach nur Konami als Profilbild hätte nehmen können und einfach nur Pack-Openings hätte machen können. Das wäre in Ordnung gewesen. Aber ich gehöre keinem Sponsor. Ich bin ich und ich mache den Content, den ich machen möchte. Und ich sage mal so, lukrativ wäre es auch nicht wirklich, das zu tun. Ich weiß, es sind alles nur sehr vage Äußerungen, aber ich hoffe, ihr versteht, dass ich das Ganze nicht im Detail erläutern kann. Dass ich gewisse Sachen einfach nicht öffentlich äußern kann. Aber ich hoffe, ihr versteht in etwa, worauf ich hinaus will. Dass das Ganze nicht nur einfach, hey, ich habe einen cooleren Sponsor gefunden oder ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich bin jetzt zu cool für euch oder sonst was, sondern dass es wirklich fundamentale Probleme gibt in der Zusammenarbeit zwischen Konami und seinen Influencern, die dazu geführt haben, dass ich nicht länger mit ihnen zusammenarbeiten möchte. Und ich denke, ich bin nicht der Einzige. Und es könnte sehr gut sein, dass nach diesem Video noch einige folgen könnten. Das weiß ich ja nicht. Ich meine, das wird dann die Zukunft zeigen. Ich hoffe einfach, dass es irgendetwas bewirkt, dass sich eventuell irgendetwas verändert und dass in Zukunft eine Zusammenarbeit wieder möglich ist, unter anderen Bedingungen, zu anderen Konditionen, sodass es für alle Parteien irgendwo Sinn ergibt, diese Partnerschaft einzugehen. Denn ob Konami jetzt böse ist oder nicht, das will ich gar nicht in den Raum stellen. Wie gesagt, ich bin dankbar für alles, was mir ermöglicht wurde. Und vor allem Konami Deutschland möchte ich wirklich in den höchsten Tönen loben. Aber die Situation ist aus Sicht der Influencer sehr drastisch und hat sich in den vergangenen Wochen auch sehr drastisch entwickelt, ohne dass ich das genauer spezifizieren kann. Naja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Erstmal möchte ich mich bei allen von euch bedanken, die bis hierhin zugehört haben. Und ich bedanke mich für euer Verständnis, dass jetzt keine krassen Spionage-Informationen geleakt werden. Es ging mir mit diesem Video auch nicht darum, Konami aufs Übelste fertig zu machen, sondern einfach nur neutral zu äußern, warum dieser jahrelange Sponsor, für den ich unzählige Videos gemacht habe, plötzlich nicht mehr Teil meines Contents ist und möchte damit einfach offen umgehen. Ich hoffe natürlich, ich werde jetzt nicht plötzlich von allen Yu-Gi-Oh! Events gebannt. Wäre cool, wenn wir das einrichten könnten. Das würde mich schon sehr freuen. Falls euch das Video gefallen hat, aktiviert jetzt eure Geräte-Zauberkarte, den Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.